Das wird ein langweiliger Abend. Vollkranke Hirne haben das geschrieben. Bitte sag uns deinen Namen. Verrate den Zuschauern ein paar Dinge über dich. Wie heißt du verdammt? Agnes Berger. Verehrtes Publikum, darf ich Ihnen vorstellen, unseren Star heute Abend. Das heute Abend ist eine Show voller Gewalt. Versuchen wir, die Sache ein bisschen eskalieren zu lassen. Die wichtigste Sache im Showbusiness ist, den eigenen Namen ganz groß im Rampenlicht zu platzieren. . . . . . . . .